So meine Damen und Herren, wir kommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Wir sind schon am Anfang. Oh, hier ist ein Crash Prozesse. Von der Ringstrecke mitten im Ring der Ringstrecke. Und wir fahren das Ganze im Loop-Modus. Wir machen bitte noch die zweite auf. Das ist sonst... Wir haben noch 34 Sekunden Zeit. Da können wir dann schnell mal die Fahrkarten kontrollieren. Oh, hallo lieben Leute. Willkommen, willkommen, willkommen. Du bist der Erste. Oh, du hast was. Das ist sehr, sehr gut. Und wir fahren los. Das Ganze wie gesagt im Loop-Modus. Das ist nämlich eine Mission. Wir sollen zwei Fahrten auf Loop-Modus fahren und dann die Station auf Level 5 kriegen. Und deswegen fahre ich die Strecke jetzt schon im Loop-Modus. Das ist jedenfalls ein Teil der Mission schon mal vorbei ist, sagen wir es mal so. Sonst fahre ich dann nochmal den Loop-Modus. Dann heißt das bloß noch, dass ich jemanden hier anstellen muss. Das müsste eigentlich runtergefahren sein. Jo, ist auch perfekt sogar, würde ich sagen. Noch besser geht es aber heute nicht, oder? Bravo! Raus! Dann fahren wir weiter. So! Ja, geschafft. Uuuuuhh. Ganz genau. So, wirt auf den içinde Strat... Das ist so wirklich... dass ich hiermit überhaupt Geld generieren soll. Jo, das kriegen wir hin. Das ist mal so, wie lange drückt man? Und auf diese Strecken muss ich dann später auch noch Airbus setzen, beziehungsweise auf die, wo die Profis unterwegs sind. Das wird einen kleinen Moment dauern, wo ich dann alles umbaue. Oh, es wird doch relativ schnell gehen, da habe ich das Gefühl. Ich merkte auch, Musik ist im Hintergrund. Ich will das ja versuchen, dass immer wieder Musik im Hintergrund läuft. Muss ich zwar auch mal wieder normal runterladen, aber neu runterladen. Die Halteposition ist richtig scheiße, zeigen wir ja. Ey, so schlecht ist sie doch gar nicht. Na gut, dann gucken wir mal. Okay. Dann haben wir bisher noch einen Übeltäter. Ja, auch wenn noch Zeit ist, aber versuchen, relativ schnell jetzt loszukommen. Gut, aber es ist, naja, eine relativ anstrengende Sache, würde ich sagen. Wir fahren ja jetzt nochmal die ganzen Strecken nochmal im Kreis. Aber wir haben grünen, wir haben wirklich grünen Faser über grünen Faser. Das ist doch perfekt. Das gibt doch jeder. Aber es ist nervig, so mit den ganzen alten Stellen so hintereinander. Vorhin direkt hinter den Kreuzungen. Alter. Gut, ich hätte es jetzt zu Vollbrüben so machen können. Das ist ja hier überhaupt noch was einnehmig. Wie habt ihr gesehen? Ich werde jetzt noch mal einen Rathauskasse und Endstationen. Dann kommt die gleiche Strecke nochmal. Weil ein Loop ist ja... ...wiederholen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich habe ihn gerade so ein bisschen an den Videos verteilen, ich werde nochmal in real life Video aufnehmen, ich werde die Girls eigentlich mit dem Akkordien alles aufnehmen. Wie ich das jetzt wirklich mache, weiß ich nicht. Aber es ist doch schon relativ viel abzubauen bei mir und viel mitzunehmen, aber es ist immer wieder schön mal alles wieder zu benutzen, das ist ja noch eine Geschichte. Ich brauche mich, ich habe eine Nachricht bekommen, ich muss miteinander nennen, das ist eine Spanricht. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube ich probiere mal Street Food. Ja, wir haben eine fucking Minute Zeit. So und was passiert jetzt nochmal? Das war's? Das war's? Und das alles muss eben auf Kläufchen hoch. So und wir könnten uns jetzt den ersten Erdbus wieder leisten. Und hier muss einer drauf. Und dann kommt eben hier die Gürtelhaltestellen. Die sind eben nochmal ein bisschen größer. Wir haben hier drinnen die Runden gemacht. Jetzt waren wir eben hier draußen im Park. Die Runden. Dann muss theoretisch auch das hier fertig sein. Wie den Lugmose wird? Habe ich ja gemacht. Das hier wird eben das einzige schwierige daran, die Fahrt nochmal zu machen. Aber darum kümmere ich mich nächstes Mal. Leute, wenn euch der ganze Park gefallen hat, klicken wir noch einen Daumen nach unten. Und dann kommen die dann darauf mehr davon, sie würde auch nicht zum nächsten Mal sagen den Menschen. Und dann kommen die dann auch mehr davon, sie würde auch nicht zum nächsten Mal sagen den Menschen. Ciao.